Der nächste ist Arme und Arme sind die Flaggen auf 3, das heißt 2-2 für Martin Chester mit dem Erdgesprung des heutigen Abends. Ja! Easy, gut! Immer hier, ich bin 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 hier. Ich bin hier, 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 ich bin hier Spurs Nummer 5 für Martin Chessler. Backlip, Ritter, Superman. Unfassbar schwierige Kombo. Das gibt ordentlich Punkte bei unseren Chessler. Merlin, das ist ein Wettbewerb. Wahnsinn. Ich habe gedacht, dass dauernd noch bis zum Wim kommt, der ist egal, der Hitz geht nicht zurück. Oh mein Gott, der los ist, das ist möglich. Wie schön war der Kampelhoff, der letzte Sprung, der doppelt gewertet wird. Ich bin gespannt, was er sich überlegt hat. Der zweite Gang ist eingeregt. Oder den Anlauf, auch den Wettbewerb-Kicker. Merlin, Siegmann. Was für eine Machtdemonstration. Das ist richtig, der erste Zahl. Deswegen können wir noch Bustaban-Lass machen, der Lange für den Cessler! Mathe, 59 Punkte für Sie. Das war es bei der letzte Woche. Die Czech-Fundherrschaft gewonnen. Ich denke, Sie haben nur einen Kampel für heute. Ich glaube, Sie haben nur ein Kampel für heute. Wir müssen wieder zu gewinnen. Ja, gestern war es ein tolles Ding, wir hatten so viel Spaß und heute Abend es wird noch besser sein, also wir machen unser Bestes. Danke, dass du gekommen bist. Du hast uns gewöhnliche Energie gegeben. Du hast uns gewöhnliche Energie gegeben. Also, Spaß mit dem Show. Und los geht's! Vielen Dank! Das Team Spanien war gestern etwas unglücklich und sind definitiv nicht zufrieden.